moin leute herzlich willkommen zu diesem video und ich habe eine coole message und zwar habe ich einen eigenen clan aufgemacht und der heißt benennt sie und wenn ihr euch bewerben wollt dann müsst ihr also es zeige ich euch kurz müsst ihr einfach in den titel oder in die beschreibung hashtag benennt sie reinpacken und ja leute ihr könnt euch mit einem bewerbungsvideo bewerben oder halt in game ich fände am besten mit einem bewerbungsvideo und ja würde mich freuen wenn dann wenn ich unter dem hashtag ein paar videos sehe und ja einfach in die titel oder in die beschreibung am hashtag benennt sie reinschreiben könnt bei mir noch meine beschreibung schauen dort steht es noch mal und ja würde mich freuen wenn ihr euch bewerbt leute und ja dann würde ich sagen haut rein oder wartet 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 ich muss euch noch kurz was zeigen weil wenn ihr es in die beschreibung schreibt dann seht ihr hier zum beispiel bei meinem video erscheint es dann oben an einem titel also macht das leute leute etwas habe ich noch vergessen und zwar in der bewerbung also es müssen ja paar kriterien sein und zwar ihr müsst am anfang einfach bisschen eure bau skills zeigen im creative und dann wäre es halt geil wenn ihr noch so ein paar public clips von euch reinpackt und ihr müsst euch noch vorstellen im video ist auch ganz wichtig und ihr müsst natürlich eine reale banane sein das ist das wichtigste der klein heißt ja nicht einfach so benennen sie und ja leute das sind so die kriterien für den kleiner für die bewerbung und ja leute macht gerne eine bewerbung haut rein und ciao